Weltspiegel – Thema Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Themen, die die Welt bewegen und Hintergrund zu aktuellen Nachrichten. Darüber sprechen wir jede Woche in unserem Podcast mit den Auslandskorrespondenten der ARD und Experten. Mein Name ist Male Stüssel. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ich morgens aufstehe, dann schalte ich immer zuerst das Radio an. Und so bin ich gut informiert für den Tag und auch die ersten Konferenzen bei der Arbeit. Gerade in den letzten Wochen höre ich immer wieder was zu den USA in den Nachrichten. Neue erschreckende Infektionszahlen, Proteste in Portland, der Einsatz der Bundespolizei und zuletzt Donald Trump empfiehlt, doch Masken zu tragen. Aus Deutschland gucken wir häufig ungläubig und sehr kritisch auf Trump. Vielleicht auch zu kritisch? Thomas Kleinebrockhoff vom German Marshall Fund erläutert, bei welchen Themen der US-Präsident durchaus Recht hat und welche Auswirkungen seine Amtszeit auf die internationale Politik hat. Und wir blicken natürlich auch ins Land. Gemeinsam mit meinen beiden Kollegen im ARD-Studio Washington, Claudia Buckenmeier und Jan Philipp Burgert. Noch rund drei Monate, dann wird in den USA gewählt. Laut Umfragen sieht es für den Amtsinhaber Donald Trump aktuell schlecht aus. Woran das liegt und wie er das Ruder doch noch herumreißen könnte, darüber spreche ich mit den Korrespondenten Claudia Buckenmeier und Jan Philipp Burgert. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo Marle. Claudia, du warst zuletzt für die Doku Trumps America auch in den Swing States Wisconsin und Michigan unterwegs. Welche Themen sind denn die, die die Menschen dort gerade rund 100 Tage vor der Wahl beschäftigen? Also am stärksten beschäftigen die Menschen momentan Corona und daraus die Folge für die Wirtschaft und wie es der Wirtschaft geht und die Sorge einfach davor, alles zu verlieren, was man bisher erreicht hat. Das beschäftigt die Menschen wirklich am meisten. Sie sagen einem aber auch, wir haben in diesem Jahr gesehen, dass sich die Situation immer ganz, ganz schnell wieder ändert. Und möglicherweise ist ein paar Wochen alles schon wieder ganz anders. Also da schwingt dann auch immer so ein bisschen Hoffnung und Optimismus noch mit, obwohl man im Moment sagt, ja, es ist schon sehr beunruhigend, die Lage. Also ich meine, gerade wenn wir jetzt auf die Zahlen, die Wirtschaftszahlen im zweiten Quartal gucken, das ist ja wirklich erschreckend, dann sind die Sorgen doch auch eher berechtigt. Ja, auf jeden Fall. Also vor allem jetzt im Moment haben die Menschen noch diese kleinen Hilfen bekommen, die von der Regierung kamen. Die haben ihnen erstmal geholfen. Sie konnten ihre Angestellten behalten und weiterbezahlen. Und das haben mir Leute vor Ort gesagt, das war eine ganz, ganz große Hilfe. Nur wenn das jetzt alles ausläuft und die Situation aber nicht wirklich besser wird. Also zum Beispiel, ich habe einen Bauern getroffen, der lebt von Milchwirtschaft. Der lebt davon, dass er seine Milch an Restaurants liefert, dass Käse daraus gemacht wird. Wenn die Nachfrage in den Restaurants nicht anzieht, dann zieht auch die Nachfrage nach seiner Milch nicht an. Und das heißt, er kommt nicht wirklich nach vorne. Er kommt nicht aus diesem Tief raus. Und das beunruhigt ihn natürlich. Wie beurteilen denn die Wähler oder die Menschen, die du auf deiner Reise getroffen hast, die Politik Trumps aktuell, gerade auch in Bezug auf Corona? Naja, das ist unterschiedlich. Je nachdem, ob man sich mit jemandem unterhält, der Trump eher unterstützt oder der gegen ihn ist. Da spaltet sich die Meinung auch ziemlich auf. Also dieser Landwart, den wir intensiv getroffen haben, der möchte eigentlich, dass Trump wiedergewählt wird. Weil er sagt, er ist einfach gut für die Landwirtschaft. Der hat uns unglaublich viel geholfen. Der versteht uns. Der sagt, ja, war nicht alles gut, was Trump gemacht hat in diesen Corona-Zeiten. Aber das war ja auch eine noch nie dagewesene Situation, dass man da Fehler macht, ist doch auch nachvollziehbar. Der hatte also großes Verständnis für den Präsidenten und für seine Regierung. Dann haben wir aber auch mit einer Krankenschwester gedreht. Bei der war das ganz anders. Der hat gesagt, sie kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass die Regierung sich so verhält. Und hat dann gesagt, das war in Michigan. Okay, unsere Gouverneurin hier, die macht einen guten Job. Wir verlassen uns auf sie. Aber was von der Bundesregierung aus Washington kommt, das sei wirklich schrecklich. Die müssten doch mit gutem Beispiel vorangehen. Da ging es vor allem eben auch immer wieder um das Maskentragen, was hier ja so ein großes Politikum geworden ist. Auch unter anderem dadurch, dass der Präsident sich dem verweigert hat, dass sehr viele Republikaner sich dem verweigert haben. Aber gerade in Bezug auf die Maske, da ist Donald Trump jetzt ja auch umgeschwungen. Er rät jetzt auch zum Maskentragen, wenn man eben den Abstand nicht einhalten kann. Wie wurde denn diese Kehrtwende wahrgenommen? Ja, also ich glaube, die Demokraten haben das relativ verurteilt. Irgendwie als Manöver, was auf seinen schwachen Umfragewerten beruht, sozusagen. Es gab ja erhebliche Kritik insgesamt am Krisenmanagement von Präsident Trump in der Corona-Krise. Aber insbesondere eben auch an dieser Maskenfrage. Und ich glaube, bei seinen eigenen Anhängern, weiß ich nicht, ob da jetzt alle dieser Empfehlungen plötzlich folgen oder ob dieser Kulturkampf, den er da ausgelöst hat, jetzt so im Gange ist, dass sich da niemand mehr drum schert. Also ich glaube, das kommt deutlich zu spät, diese Empfehlung. Mir geht es genauso. Also ich habe Trump-Anhänger getroffen auf der Reise. Die haben sich lustig gemacht über die Masken und haben dann gesagt, Wenn wir eine Maske tragen, auf der draufsteht, wählt Trump wieder 2020, dann würde CNN sofort berichten, dass man gar keine Masken tragen müsste. Also so läuft hier die Diskussion. Und was mich auch noch überrascht hat, ich habe die Ehefrau des Bauern, mit dem wir uns länger unterhalten haben, die ist selber auch Krankenschwester. Und die sagte mir dann, ja, wir sind natürlich alle für das Maskentragen, aber Amerika sei ein freies Land und man müsse respektieren, wenn Menschen das anders sehen würden. Das wäre nun mal eben so in Amerika, hier sei nicht Deutschland und hier könnten die Menschen frei entscheiden, ob sie eine Maske tragen wollten oder nicht. Das war ihre zutiefste Überzeugung, obwohl sie als Krankenschwester wirklich täglich damit konfrontiert wurde, dass Menschen sehr, sehr krank waren. Jan Philipp, du hast ja gerade eben gesagt, dass diese Kehrtwende sicherlich auch mit den Umfragewerten von Donald Trump zu tun hat. Und sein voraussichtlicher Gegenkandidat Joe Biden von den Demokraten sendet seit Corona aus einem Kellerstudio zu Hause in Delaware, kann gar nicht so in Erscheinung treten wie der Amtsträger. Warum liegt er denn dennoch vorne? Ist er so stark oder ist Trump in der Krise so schwach? Also ich glaube, der Höhenflug Joe Bidens in den Umfragen hat schon viel mit der Schwäche Donald Trumps zu tun. Es gibt da auch Zahlen zu, 77 Prozent der voraussichtlichen Wähler von Joe Biden sagen, dass sie unbedingt eine zweite Amtszeit von Donald Trump verhindern wollen und nur 33 Prozent seiner voraussichtlichen Wähler, also der Biden-Wähler, sagen, dass sie aus Begeisterung für den Kandidaten selbst für ihn stimmen werden. Und ein Politikberater der Republikanischen Partei, den wir diese Woche interviewt haben, der hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Er sagte, Donald Trump, der verliert gerade nicht gegen Joe Biden, sondern gegen das Coronavirus. Und die Aufmerksamkeit der Amerikaner liegt eben sehr stark gerade auf dem schwachen Krisenmanagement von Präsident Trump. Und das wiederum ermöglicht es Joe Biden eben nur selten, seinen Keller da in Delaware zu verlassen und sich als Politiker der ruhigen Hand zu inszenieren. Er führt wirklich einen Wahlkampf der leisen Töne. Und das kommt auch seinem Politikstil und seiner Persönlichkeit sogar sehr entgegen. Und das macht es Donald Trump wiederum sehr schwer, irgendwie Angriffspunkte zu finden. Das merkt man ja immer wieder. Er versucht immer wieder zu provozieren. Aber das landet so ein bisschen im Moment noch im Nichts drin. Und ich glaube, das macht so die ganze Campaign, die sich momentan mit den Wahlkampfzielen von Donald Trump beschäftigt, so ein bisschen unruhig, weil sie gar nicht so richtig wissen, wo sie ansetzen sollen. Vielleicht, du hast es gerade schon gesagt, vielleicht kommt es Biden auch so ein bisschen entgegen. Ich meine, er selber hat sich ja auch mal als Fettnapfmaschine bezeichnet, der auch gerne mal irgendwelche Versprecher drin hat, die dann im Anschluss kritisiert worden sind. Entsprechend ist es vielleicht für ihn auch gar nicht so schlecht, nicht auf der großen Bildfläche unterwegs zu sein, sondern eben aus seinem Kellerstudio zu senden. Wie seht ihr das? Ja, es ist tatsächlich so, dass man immer wieder liest, dass sein Wahlkampfteam bemüht ist, ihn möglichst abzuschirmen. Das haben wir auch selber mal so erlebt in New Hampshire im Vorwahlkampf zum Beispiel, als wir da mit dem Mikrofon auf ihn gewartet haben, dass sein Team, was um ihn herum ist, immer sehr darum bemüht ist, ihn abzuschirmen von Kamerateams, dass er nicht irgendwie spontan Interviews gibt, spontan irgendwelche Äußerungen raushaut, die dann vielleicht irgendwie falsch wahrgenommen werden könnten oder die ihm ein Fettnäpfchen bescheren. Und insofern ist es für ihn im Moment wirklich perfekt, so wenig wie möglich öffentlich in Erscheinung zu treten. Er macht seine Reden ja oft da im Livestream aus dem Keller heraus. Jetzt diese Woche hat er eine Pressekonferenz gegeben, mal in so einer Turnhalle in der Nähe seines Hauses. Da liest er auch überwiegend vom Teleprompter ab und beantwortet nur relativ wenige Fragen. Also für ihn ist das eigentlich gerade der perfekte Wahlkampf. Was zählt denn noch zu seinen Stärken? Also ich glaube, seine größte Stärke ist sein Einfühlungsvermögen. Joe Biden, der kann eher im kleinen Kreis strahlen, wenn er zum Beispiel die Angehörigen von Gewaltopfern tröstet. Er hat sich neulich mit der Familie von George Floyd zum Beispiel getroffen. Und da merkt man ihm eben auch seine eigene Familiengeschichte an, die sehr schicksalhaft geprägt ist. Seine erste Ehefrau und seine kleine Tochter sind tödlich verunglückt bei einem Autounfall. Sein erwachsener Sohn Bo ist vor einigen Jahren an Krebs gestorben. Und da merkt man schon, dass er eine aufrichtige Empathie irgendwie ausstrahlt. Und ich glaube, das ist, was auch sogar republikanische Wähler an ihm respektieren. Claudia, auf deiner Drehreise, hattest du das Gefühl, dass das auch bei den Wählern tatsächlich so ankommt? Naja, sie wissen das, dass das so ist. Sie nehmen ihn auch als so jemanden wahr. Aber im Moment kann er das, und das ist das große Problem, das kann er ja gerade gar nicht ausleben. Weil Begegnungen dieser persönlichen Art, die Nähe, die er normalerweise herstellen kann, die darf im Moment gar nicht entstehen, weil wir alle auf Distanz sind. Also das, glaube ich, ist echt für ihn wirklich so ein bisschen ein Problem. Aber ich habe genauso, wie Jan Philipp das beschrieben hat, von vielen gehört, naja, wir müssen mal wieder entscheiden zwischen zwei Übeln und welches ist das kleinere Übel. Für den entscheiden wir uns dann. Also die Leute sind nicht wirklich glücklich mit der Wahl. Zwei wirklich auch sehr alte Kandidaten. Donald Trump ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Joe Biden wäre der älteste Präsident tatsächlich, wenn er gewählt werden würde mit 77 Jahren. Ja. Viele sagen hier, dass es jetzt eben sehr darauf ankommt, wen er auserkennen wird zur Vizepräsidentin. Also von daher, da warten alle total gespannt drauf, dass er irgendwann in den nächsten Tagen rauskommt. Man kann Wetten drauf abgeben, so richtig weiß man es nicht. Man weiß nur, dass es eine Frau sein wird und alle vermuten, dass es eine schwarze Frau sein wird. Aber das könnte schon sein, dass das dieses Mal ein bisschen eine größere Rolle spielt als bei anderen Wahlen, weil ja ganz klar ist, dass er kein zweites Mal antreten will. Das hat er eigentlich schon immer auch gesagt. Und dann würde die Wahl möglicherweise auf die Vizepräsidentin fallen. Und deswegen gucken da viele sehr genau hin. Welche Namen schwirren da gerade im Raum als mögliche Kandidatin? Also man hört Kamala Harris immer wieder, die Senatorin aus Kalifornien, die auch schwarz ist. Wie Claudia es vorhin gesagt hat, man sagt, dass das eben sozusagen ein großer Vorteil wäre, um auch eben die wichtige schwarze Wählerschaft zu mobilisieren. Außerdem ist Susan Rice im Rennen, die ehemalige nationale Sicherheitsberaterin von Präsident Obama. Mit der versteht sich Biden offenkundig sehr gut. Man kennt sich eben aus der gemeinsamen Zeit im Weißen Haus. Da ist offenbar ein Vertrauensverhältnis da, was mit Kamala Harris wohl nicht unbedingt der Fall ist. Das Problem bei Susan Rice ist, dass sie noch nie selber einen Wahlkampf geführt hat, sondern eher sozusagen als Expertin hinter den Kulissen gilt. Ja, anfangs wurde sehr intensiv über Stacey Abrams nachgedacht, dass es die Frau, die Gouverneurin in Georgia werden wollte und dann ganz knapp unterlegen ist, einem Trump-Vertrauten, die sich extrem für Gleichberechtigung beim Wahlrecht einsetzt und damit inzwischen sehr punktet, vor allem natürlich in den schwarzen Gemeinden. Da scheint aber die Chemie nicht so richtig zu stimmen. Dann werden diverse schwarze Bürgermeisterinnen genannt, unter anderem die Bürgermeisterinnen von Atlanta auch. Aber irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die ein bisschen weiter nach hinten getreten sind in der letzten Zeit. Was, glaube ich, Fakt ist, die mediale Aufmerksamkeit in dem Moment, wo Biden da mit dem Namen sozusagen hervortritt, wird dann doch erstmal auch in diesen Tagen dann sehr stark auf der Biden-Kampagne sein. Wahrscheinlich zum ersten Mal in diesem Jahr. Ja, denke ich auch. Und wahrscheinlich werden sie das auch doch relativ kurz vor dem Parteitag, vor dem Nominierungsparteitag im August jetzt machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das verpuffen lassen will. Wie finden denn diese Parteitage im August jetzt zu Corona-Zeiten statt? Die werden vor allen Dingen virtuell stattfinden. Also überhaupt nicht so, wie man es kannte, mit tausenden von Leuten in irgendeiner Arena und über mehrere Tage, sondern in sehr kleinem, beschaulichen Rahmen. Das wird sich auch auf unsere Berichterstattung auswirken. Wir werden nicht mit so einer großen Mannstärke da vor Ort sein, Corona-bedingt, wie das alles ursprünglich geplant war. Und ja, es wird zwar die Reden geben von Donald Trump und Joe Biden. Ich glaube, Trump plant weiterhin, das auch mit größerem Publikum zu machen. Bei Biden wissen wir noch nicht, wie viele Menschen dann tatsächlich da im Saal sein werden. Aber ich glaube, er wird auch aus symbolischen Gründen das deutlich kleiner fahren als Donald Trump, um eben einmal mehr zu zeigen, dass er die Corona-Epidemie ernst nimmt, im Gegensatz zum Präsidenten. Aber es werden auf jeden Fall keine Parteitage sein, wie wir sie kannten. Ja, die Demokraten machen den Auftakt in der Woche nach dem 16. August. Das erstreckt sich dann doch über mehrere Tage, auch wenn der Haupttag, glaube ich, nur einer ist. Und die Republikaner kommen in der Woche danach. Also das sind wirklich diese Zeiten, in denen wir leben, die die Politik und diesen Wahlkampf extrem beeinträchtigen, verändern. Diese TV-Debatten haben ja immer eine ganz große Bedeutung in den USA. Wie du gerade angesprochen hast, Ende September soll die erste stattfinden. Dann gibt es noch zwei Termine im Oktober. Wie entscheidend sind die für die Wahl? Es gibt ja da dieses berühmte Beispiel des Präsidentschaftswahlkampfes John F. Kennedy gegen Nixon. Das war ja eine der ersten TV-Duelle überhaupt. Und da war es nachweislich so, dass die Menschen, die die Debatte am Radio verfolgt hatten, Nixon besser fanden, argumentativ. Aber die Leute, die es am Fernsehen gesehen haben, Kennedy besser fanden, weil er eben so jung war und charismatisch. Und da sagt man, dass dieses TV-Duell tatsächlich sich auch wahlentscheidend ausgewirkt haben soll. Das ist so die weitläufige Meinung der Historiker heute. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und gerade drei Duelle sind eine Menge. Ich persönlich würde sagen, dass das auch eine Chance ist, für Trump wieder nach vorne zu kommen, weil er ja sehr angriffslustig ist. Er kann ja sogar witzig sein auch, was man manchmal vergisst. Also zumindest im Empfinden vieler Amerikaner. Die sehen ihn ja wie so ein Showstar im Grunde. Er war ja auch Reality-TV-Star. Und ich höre immer wieder, wenn ich mit seinen Unterstützern spreche, dass sie ihn wirklich lustig finden. Während Joe Biden, das haben wir ja vorhin angesprochen, nicht unbedingt durch Schlagfertigkeit oder Charisma glänzen kann in so einem Format. Das kann, glaube ich, schon einen kleinen Ruck in den Umfragen herbeiführen, diese drei Duelle. Ja, wobei natürlich eins auch, das wird ja wahrscheinlich, zumindest gehe ich im Moment davon aus, eher ohne Publikum stattfinden. Und das ist natürlich dann auch etwas, das verändert solche Duelle auch. Wir hatten noch, die Erinnerung ist ja noch da, an das letzte Duell, was Bernie Sanders und Joe Biden im Vorwahlkampf hatten, wo dann gar kein Publikum mehr war, alles auf Abstand war. Das war wirklich so ein bisschen blutleer. Ja, und ich weiß nicht, ob Donald Trump dann wirklich so seine Stärke ausspielen kann, wenn er kein Publikum hat. Welche Rolle spielt denn jetzt gerade auch die Law-and-Order-Politik von Donald Trump? Also man hat so das Gefühl, dass er da auch, ich sage mal, eine Art Kulturkampf losgetreten hat, probiert auch Angst zu schüren. Er ist derjenige, der das in den Griff bekommen möchte. Sicherlich auch einen Grund, warum die Bundespolizei nach Portland geschickt wurde oder ja auch angedroht wurde, sie noch in andere Städte zu schicken. Wie seht ihr das? Also ich glaube, er versucht sehr stark abzulenken, seine Basis zu mobilisieren. Die Frage ist, ob das wirklich verfängt. Dieser republikanische Politikberater, mit dem ich gesprochen habe, der sagte, dass er nicht glaubt, dass das sozusagen der Game Changer sein kann. Also die Politik, die jetzt den ganzen Wahlkampf nochmal umdreht, weil viele Amerikaner eben doch sehr stark daran orientiert sind, wie es mit Corona weitergeht, wie die Wirtschaftslage ist. Die drei wahlentscheidenden Themen nach aktuellem Stand, so das Ipsos-Institut, sind eben der Umgang mit der Corona-Krise, dann die Fähigkeit, das Vertrauen in die Regierung wiederherzustellen und die Wirtschaft. Und bei den ersten beiden Themen liegt eben Joe Biden ganz klar vorne. Bei der Wirtschaft liegt Trump nach vorne. Aber Law and Order ist im Moment nicht das Thema, laut Umfragen, was am allerentscheidendsten ist für die Bürger. Also wichtig ist es eben in der Hinsicht, die eigene Basis zu mobilisieren. Und dann wird es darum gehen, wie viel Unabhängige sie jeweils für sich gewinnen können. Und da wird es auch darum gehen, wie viele Menschen gehen überhaupt zur Wahl. Es gab jetzt in der letzten Zeit immer wieder Untersuchungen auch darüber, wie viele Menschen lassen sich registrieren für diese Wahl. Die Zahlen hinken anscheinend ziemlich hinterher, weil die Menschen auch Angst haben. Ist es wirklich etwas, was ich machen kann, wenn ich mir jetzt vorstelle, Corona ist nach wie vor, will ich dann wirklich bei einem Wahllokal anstehen, bevor ich meine Stimme abgeben kann? Gefährde ich mich da nicht? Gefährde ich nicht meine Familie damit? Das sind alles Gedanken, die die Menschen momentan umtreiben. Und das wird diese Wahl auch beeinflussen. Von daher ist diese Law-and-Order-Geschichte ist für Donald Trump, glaube ich, vor allem ein Mittel, die eigenen Leute wirklich bei der Stange zu halten. Und gleichzeitig ist es so, wenn ich das ergänzen darf, dass es natürlich auch die Gegenseite mobilisiert. Wenn man sieht, wie viele Demonstranten da jetzt in Portland auch weiterhin auf die Straße gehen. Das könnte eben auch die beiden Wähler zur Wahlurne bringen, weil sie sagen, wir wollen nicht hier von Bundespolizisten am Demonstrieren gehindert werden. Also das ist, glaube ich, ein riskantes Spiel, was Trump da treibt. Claudia hat vorhin noch die unabhängigen Wähler angesprochen, die undecided. Das ist auch noch ganz interessant. Dieser Meinungsforscher von Ipsos sagte, dass da im Moment eine sehr große Tendenz zu Biden sei. Während 2016 im Wahlkampf zwischen Trump und Hillary Clinton, das bis zum Wahltag, wohl eher so 50-50 war. Und da zeichnet sich jetzt gerade eine sehr starke Tendenz zu Biden ab, was diesen Meinungsforscher von Ipsos dazu veranlasst, zu sagen, dass er von 100 Dollar 70 auf Biden setzen würde und nur 30 auf Trump. Ich habe ihn das gefragt. Fand ich ganz interessant. Trotzdem hat er immer noch gesagt, auch, dass man vorsichtig sein soll, weil eben, ja, es sind ja jetzt weniger als 100 Tage bis zur Wahl. Und hier in Amerika ist das eine kleine Ewigkeit, weil sich eben viele Amerikaner so kurzfristig entscheiden und wirklich noch ganz viel passieren kann. Also da merkt man auch die Erfahrung von 2016, als alle dachten, Hillary Clinton würde als sichere Siegerin in diese Wahlnacht gehen und plötzlich war alles anders. Die steckt auch hier den Demoskopen immer noch in den Knochen. Ja, es wird sich einfach niemand festlegen. Vielen Dank, Claudia und Jan Philipp für eure Eindrücke und Einblicke, die ihr geliefert habt. Gerne. Gerne, hat Spaß gemacht. Wenn ihr als Zuhörer Interesse habt, noch mehr über die USA zu erfahren, über Trumps America im Speziellen, dann lege ich euch die Doku, die am 10. August im Fernsehen läuft, sehr ans Herz von Claudia Buckenmeier, mit der ich gerade gesprochen habe und Marion Schmickler. Von außen betrachtet wirkt Donald Trump manchmal wie ein Elefant im Porzellanladen. Ohne Rücksicht, ungeschickt und zerstörerisch. Wozu führt das in dieser Welt? Welche Scherben können wieder zusammengeflickt werden und wo sind Dinge nachhaltig kaputt gegangen? Darüber spreche ich mit dem USA-Experten Thomas Kleine-Brockhoff. Er ist Vizepräsident und Leiter des Berliner Büros des German Marshall Fund of the United States. Das ist eine unabhängige US-amerikanische Stiftung, die die transatlantischen Beziehungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft fördert. Hallo Herr Kleine-Brockhoff. Guten Tag. Wenn wir jetzt bei dem Bild mit dem Elefanten bleiben, bei welcher Entscheidung Donald Trumps ist denn am meisten Porzellan kaputt gegangen? Ich könnte gar nicht auf eine einzelne Entscheidung deuten. Der Mann hat ja eine Vorstellung, ein Ziel, eine Ideologie. Er ist ein Nationalist und er stellt sich eine nationalistische geprägte Weltordnung vor und die hat er ja auch mit anderen zusammen erreicht. Die fünf größten Länder dieser Welt, China, Russland, die Vereinigten Staaten, Indien, Brasilien, werden von Nationalisten regiert. Und jetzt sehen wir die Folgen. Wir erleben die erste große Weltkrise mit der Pandemie unter dem Direktorat des Nationalismus. Die Folgen sehen wir. Die Nichtzusammenarbeit zwischen Staaten ist hier nicht Unfall, sondern Design. Aber was für Auswirkungen hat diese Art von Politik? Ja, wenn jeder sich um sich selbst kümmert, ist ja für alle gesorgt. Das ist ja der Grundgedanke dieser Art von internationaler Ordnung. Mein Land zuerst Politik ist der wesentliche Gedanke hierbei. Und bei einer Pandemie bedeutet das, dass das ungefähr so wie im Flugzeug ist. Man zieht sich, wenn die Atemgeräte runterfallen, erst für sich selber was hin und kümmert sich dann um alle anderen, statt Prioritäten zu setzen, wie es in einer Pandemie eigentlich geboten wäre. Das ist das, was wir erleben und das ist auch die Konsequenz, dass die Vereinigten Staaten von kooperativer internationalistischer Politik auf Nationalismus umgeschwenkt haben, in vielen kleinen Schritten in dreieinhalb Jahren. Sie haben eben gesagt, es sei schwierig, eine einzelne Entscheidung Donald Trumps herauszugreifen. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel auf die Klimakrise schauen, das ist ja ein weiteres globales Problem, das wir haben. Was bedeutet es, dass die US-Regierung aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen ist? Substantiell wenig, symbolisch viel, substantiell deshalb wenig, weil die USA ja ironischerweise dabei sind, ihren fossilen Brennstoffausstoß zu reduzieren und dieses besser machen als manche andere Länder, aber symbolisch wichtig, weil es natürlich ein Fanal ist für die Frage, ob internationale Vereinbarungen relevant sind und ob Probleme dieser Welt gemeinschaftlich mit so etwas wie einer Weltgemeinschaft angegangen werden. Donald Trump sagt, es gibt keine Weltgemeinschaft, das Resultat sehen wir dann, dann gibt es sie eben auch nicht. Aber wie sieht diese Zukunft dann aus, wenn nicht mehr gemeinsam gearbeitet wird, wenn Verträge anscheinend nichts mehr gelten? Wir sehen das ja nicht nur bei dem Pariser Klimaabkommen, das ist genauso, die USA ist aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen, der INF-Vertrag über nukleare Mittelstreckenraketen mit Russland wurde ebenfalls aufgekündigt, Freihandelsabkommen, die Donald Trump und den USA nicht passen, werden neu verhandelt, wie zum Beispiel NAFTA. Was bedeutet das für die Zukunft dieser Welt? Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir erleben, dass das nationale Interesse von Großmächten sehr nachhaltig gelebt wird. Diese Welt kennen wir aus dem 19. Jahrhundert. Deutschland war mal ein aktiver Teil davon. Also die Folgen davon können wir uns ausmalens eine Großmächte-Welt, in der die Großen bestimmen und die Kleinen hinterherlaufen. Es ist eine Welt, die wahrscheinlich aus Einflusszonen besteht, die Hegemonial-Auseinandersetzungen verschiedener Art hat, die wir jetzt schon sehen. Das wird die Welt der Zukunft sein. Das Paradoxe, auch das Ironische daran ist, dass einiges von dem, was Donald Trump anführt als Gründe für seine Verhaltensweise, ja durchaus nachvollziehbar sind. Zum Beispiel? Man kann durchaus Kritik üben am Iran-Abkommen, so wie es verhandelt ist, an seinen Lücken. Man kann durchaus zur Kenntnis nehmen, dass Russland über Jahre den atomaren Mittelstreckenvertrag gebrochen hat und wir dazu die Augen geschlossen haben und darauf nicht reagieren wollen. Man kann durchaus die Frage stellen, ob im Welthandelssystem alles in Ordnung ist, wenn der zunehmend große, vielleicht bald größte Teilhaber China sich systematisch nicht an die Regeln hält. Also Donald Trump hat schon guten Grund an vielen Stellen unzufrieden zu sein, nur die Art, wie er das systemisch umsetzt, führt uns in eine andere Weltordnung hinein. Sie haben gerade den Handelsstreit mit China angesprochen, aber ist es nicht ein Problem, dass wir da in eine Zollspirale hineingeraten sind und damit die ganze Weltwirtschaft eigentlich auf die nächsten Jahre erschüttert wird? Ja, hier sind wir wieder an der Stelle, dass seine Problemanzeige und seine Problemdiagnose durchaus richtig ist. Eine Sache ist ja nicht deshalb falsch, weil Donald Trump sie sagt. Nein, er hat hier durchaus aus meiner Sicht jedenfalls recht, was das chinesische Verhalten betrifft, nur die Antwort darauf, mit einer Art bilateralen Handelskrieg zu antworten, scheint mir nicht die richtige zu sein, wo es jedoch um Verletzungen von Buchstaben und Sinnen des Welthandelsabkommens geht. Man kann nicht gleichzeitig die Welthandelsordnung aufs Korn nehmen, wie Donald Trump das tun und gleichzeitig China aufs Korn nehmen. Mir wäre plausibler, wenn man zusammen den Chinesen klarmachen würde, dass dieses Verhalten mit ihrer Mitgliedschaft in der WTO nicht kompatibel ist. Inwiefern sollte sich und müsste sich die Rolle Deutschlands im Kontext dieser Politik ändern? Die erste Bitte wäre Augen auf. Es passiert viel in Welt Politik, viel was der Bundesrepublik, so wie sie sich in den letzten 50 Jahren entwickelt hat, nicht gefallen kann. Und trotzdem müssen wir uns als Bundesrepublik dazu stellen und auch Reaktionen in einer vielleicht ungekannt robusten Weise zur Schau stellen, die wir nicht gewöhnt sind. Wie könnte denn diese robuste Antwort Deutschlands aussehen, Ihrer Meinung nach? Eine Antwort habe ich versucht eben zu geben. Man muss sich gemeinsam im Rahmen der Welthandelsordnung an China wenden. Und das ist schon gleich eines der größten Probleme, denn die ökonomische Globalisierung wird in dieser Weise nicht fortsetzbar sein, dann, wenn der zukünftig größte Teilhaber sich an die Normen und Regeln systematisch nicht halten will, sondern unilaterale Vorzüge daraus ziehen will. Und aus dem Regelbruch müssen wir eben auch Konsequenzen ziehen, auch dann, wenn es gelegentlich wehtun mag. Und das ist eine Auseinandersetzung, die wird geführt innerhalb und mit der deutschen Industrie. Sie sagten, die Forderung oder auch die Kritik von Donald Trump sei gar nicht immer so falsch. Was uns häufig irritiert, ist ja auch der Tonfall, in dem er diese äußert. Ist genau dieser Tonfall vielleicht aber auch notwendig? Weil wenn wir jetzt zum Beispiel auf die NATO blicken, es gibt immer wieder Kritik an Deutschland, dass wir nicht zwei Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgeben, obwohl das so festgeschrieben ist, obwohl wir das so versprochen haben. Ist also dieser verbale Weckruf vielleicht auch notwendig? Also mich stört natürlich der Ton, aber noch mehr stören mich die Methoden, mit denen hervorgeht. Die amerikanische Politik gegenüber Deutschland in den drei Jahren von Donald Trump besteht ja aus Drohungen, Beleidigungen, Zöllen, Sanktionen und nun Truppenabzug. Ich kann mir nicht vorstellen, nicht ausmalen, welche Konsequenzen sich die USA vorstellen, dass dies in der deutschen Bevölkerung, in der deutschen Politik haben wird. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht auch selbst in den Spiegel schauen sollten. Es ist ja nicht nur so, dass Donald Trump die NATO infrage stellt, die Bundesrepublik stellt in dem sie sich konsequent weigert, eingegangene Verpflichtungen zu beachten. Dabei sind wir es doch, die Vertragstreue bei anderen anmahnen. Aber da, wo es uns selber wehtut, wollen wir das nicht. Wir verweigern uns konsequent der gemeinschaftlichen und solidarischen Finanzierung der NATO. Und all denen, die zwei Prozent nicht mögen, muss man die Frage stellen, ob sie drei oder vier Prozent lieber mögen. Das wäre ja vielleicht der Preis, den wir in der Bundesrepublik schon gezahlt haben. Mit der NATO, wenn wir sie dann nicht mehr haben, wird Verteidigung im Zweifel nur teurer. Also gemeinschaftliche Verteidigung ist schon die Billigform der Verteidigung. Das sollten wir achten und nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen. Also Konflikte hat es ja auch in der Vergangenheit gegeben. Zum Beispiel zwischen Gerhard Schröder und George W. Bush als es um den Irakkrieg ging. Jetzt nach dreieinhalb Jahren Trump. Wie sieht denn gerade das deutsch-amerikanische Verhältnis aus? Ich beobachte dieses Verhältnis jetzt vielleicht seit 30 Jahren. Ich habe es an so einer schwierigen Stelle noch nie gesehen, weil wir Welten auseinander liegen, was die Fragen von Weltordnung betrifft, was aber auch eine ganze Serie von substanziellen politischen Konflikten und Interessen Konflikten betrifft, die die Bundesrepublik sich nicht bemüht hat oder nicht hinreichend bemüht hat abzuräumen und auch Trump Kompromisse anzubieten. Welche sind das zum Beispiel? Wir haben Konflikte in Handelsfragen, in Zwei-Prozent-Fragen, wir haben die Nord Stream-Frage, wir haben die Iran-Frage, wir könnten eine ganze Serie von kleineren Konflikten, aber diese sind die größten und man muss sich mal die Frage stellen, wie viele Bündeten führen wollen und ab wann ist es wichtiger, mal einen Konflikt abzuräumen, als am Ende Recht zu behalten, um den großen architektonischen Fragen willen und wir haben uns ja in den letzten Jahren mit unserem Nein hinter Donald Trump versteckt. Das wäre auch eine Hoffnung und eine Sorge zugleich. Sollte es einen neuen Präsidenten geben, dann kann man das nämlich nicht mehr, dann ist das Nein nicht mehr so im November die Präsidentschaftswahl gewinnen sollte. Inwiefern ist es für ihn möglich, diese Scherben wieder aufzusammeln und dieses Verhältnis wieder zu kitten? Naja, es wird einen Zustand wie vorher schon deshalb nicht geben, weil inzwischen viel geschehen ist. Es ist viel Porzellan zerstört worden, es eine andere Welt hat sich in den vier Jahren gebaut, aber man sollte auch nicht, wie ich es vielfach in Berlin höre, argumentieren, dass sie ein Jahr nichts ändert und das bedeutet dann, dass man sich selber auch nicht ändern muss. Das ist glaube ich eine gefährliche Annahme. Joe Biden ist ein anderer Präsident, sollte er denn ins Amt kommen und er hat eine andere Vorstellung von dem, was internationale Zusammenarbeit ist und was eine Allianz ist oder sein soll. Ich glaube, man kommt dann in ein anderes Problem. Man wird sich von Kooperationsbitten gar nicht retten können und man weiß gar nicht, wo man eigentlich Ja sagen soll, wo man Kompromisse schließen muss, die man in den letzten Jahren eben nicht geschlossen hat. Und ich würde hoffen, dass eine ganze Reihe von Politikern den Sommer darauf verwendet, sich Gedanken darüber zu machen, wie man eigentlich dieses Verhältnis, das am Tiefpunkt ist, reparieren kann. Gibt es denn in Berlin auch Szenarien, was passiert, wenn Donald Trump wieder gewählt wird? Wir haben ja jetzt vier Jahre lang erlebt, dass die Bundesrepublik eine Politik der strategischen Geduld geführt hat, in der man sagt, vier Jahre sind noch keine Ära und man hat ja eben nicht, und das ist der gute Teil der Politik der letzten vier Jahre, man hat ja eben nicht radikale Konsequenzen gezogen. Wird Donald Trump wieder gewählt, wird diese politische Haltung jeden Tag schwieriger, auch weil er anzunehmen ist, dass Trump weitermacht, da wo er vor der Wahl aufgehört hat. Also kurzum, ich glaube, dass diese Wahl eine Weltordnungswahl ist und nicht nur eine amerikanische Wahl. Wir werden dann in eine neue Welt hineingeraten. Anfang November sollte Donald Trump wieder gewählt werden. Das ist eine Welt, in der sich die Bundesrepublik nicht wohlfühlen wird und in der sie sich neu zurechtfinden wird und für die nach meiner Kenntnis auch nicht so richtig Pläne in dieser Stadt bestehen, was dann eigentlich passieren könnte. Herr Kleinebrockhoff, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen und Ihre Einblicke. Dankeschön. Danke Ihnen. Bis zu den Wahlen am 3. November 2020 bleibt es wahrscheinlich turbulent und ich werde noch häufiger, wenn ich morgens aufstehe und das Radio einschalte, etwas aus den USA hören. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder auch generell zum Weltspiegel Podcast, dann schreibt uns gerne an weltspiegel.digital at ard.de Der Redaktionsschluss für diese Sendung war am Freitag, den 31. 7. um 12 Uhr. Mein Name ist Male Stüssel und die Redaktion hatten Heribert Roth und Petra Schmidt-Wilting. dran das Jahrgut heribert haben das die 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 die